Nochmal die Kickers. Der eingewechselte Randy Edwini Bonzu. Sein siebtes Spiel für die Kickers und sein erstes Tor. Und was für ein wichtiges. Ein halbes Jahr war der in Ghana geborene Kanadier ohne Job. Er nutzt seine Chance bei den Kickers, erzielt das Tor des Tages. Regensburg wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Und die Stuttgarter Kickers sind jetzt seit neun Spielen ungeschlagen.